BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich Willkommen. Wie steht es um die wirtschaftliche Lage in der Region Neckaralp und welche Auswirkungen hat die aktuelle Situation auf die heimischen Betriebe? Im Rahmen einer Konjunkturumfrage befragt die IHK Reutlingen dreimal im Jahr Mitgliedsunternehmen aus der Region zu ihrer wirtschaftlichen Lage und zu den zukünftigen Erwartungen. An der aktuellen Umfrage im September haben sich 360 Unternehmen aus den Bereichen Industrie und Bau, Groß- und Einzelhandel und dem Dienstleistungssektor beteiligt. Dabei sind die Unternehmen in der Region Neckaralp wegen der schwachen Wirtschaftslage in Deutschland eher wenig positiv gestimmt. Den Unternehmen in der Region Neckaralp geht es aktuell schlecht. Die Auftragseingänge sind zurückgegangen, Umsätze sind auch eingebrochen und was uns am meisten Sorgen macht, die Investitionen sind deutlich zurückgegangen. Nur noch 14 Prozent der befragten Unternehmen wollen in den kommenden Monaten verstärkt am heimischen Standort investieren. Noch im Frühjahr und im vergangenen Jahr lag der Wert bei 23 Prozent. Die Unternehmen investieren überwiegend in Ersatzbedarf. Das heißt, dass sie in den aktuellen Lauf der Geschäfte investieren und nicht mehr groß in Innovationen oder andere Neuigkeiten wie Digitalisierung. Auch die Beschäftigungsaussichten sind seit der letzten Umfrage vor vier Monaten gesunken. Nur noch jeder Neunte gibt an, Personal einstellen zu wollen. Als weiteres Sorgenkind geht die Industrie aus der Umfrage hervor. Diese hat mit rückläufigen Umsätzen und einer schlechten Auftragslage zu kämpfen. Um die Wirtschaft in den Unternehmen und in der Region Neckaralp wieder anzukurbeln, kommt der Politik eine entscheidende Rolle zu. Die Bundesregierung müsste insgesamt mehr investieren, also weniger jetzt in Sozialabgaben und anderen Sachen das Geld ausgeben, sondern dafür sorgen, dass hier im Netzumbau investiert wird und im Straßenbau investiert wird, dass die Sachen gerichtet werden und auch neue Sachen gemacht werden. Und das würde natürlich auch die gesamte Wirtschaft dazu motivieren, auch wieder im Land mehr zu machen. Die Wirtschaftspolitik unternehmensfördernder gestalten, das wünschen sich die Betriebe, so Konjunkturexpertin Antonia Hettinger. Aus der aktuellen Konjunkturumfrage geht neben den negativen Aspekten aber auch ein Hoffnungsschimmer hervor. Das Positive in der Konjunkturumfrage ist vor allem der Export. Also wir sind nach wie vor eine Region mit starkem Export und das wird auch so bleiben. Und auch der Großhandel ist dieses Mal ein bisschen positiver gestimmt als noch bei der letzten Umfrage. 88 Prozent der Befragten empfinden die aktuelle Lage im Großhandel als gut oder befriedigend. Mit Blick auf die Zukunft erwarten 51 Prozent der Unternehmen in den kommenden Monaten weder eine Verbesserung noch eine Verschlechterung ihres Geschäfts. Das bekannte Maskottchen des Burladinger Textilunternehmens Trigema, der Affe Charlie, kehrt ins Fernsehen zurück. Seit über 20 Jahren wirbt Charlie für Trigema. Bis 2015 wurde das Maskottchen von einem echten Schimpansen gespielt. Ein animiertes 3D-Modell ersetzte ihn später. Am Dienstagabend vor der Tagesschau in der ARD feiert Charlie nun sein Comeback. Er wurde mittels KI zu neuem Leben erweckt. Die neuen Firmeninhaber Wolfgang Grubb Jr. und Bonita Grubb setzen auf den Kultstatus des Maskottchens und haben ihm deshalb einen neuen, zeitgemäßen Look verpasst. Das Bündnis Sarah Wagenknecht möchte in Baden-Württemberg einen Landesverband gründen, um künftig noch präsenter zu sein. Das hatte die Partei mehreren Medien gegenüber bestätigt. Es wäre der 12. Landesverband bundesweit. Die Gründungsversammlung soll am Sonntag in Stuttgart stattfinden. Wagenknecht selbst wird in der Landeshauptstadt nicht erwartet. Sie teilte aber mit, dass Baden-Württemberg wirtschaftlich und politisch von großer Bedeutung sei. Dem trage die Partei mit der Gründung des Landesverbandes und den, Zitat, kompetenten Kandidaten für den Landesvorstand Rechnung. Die Reutlinger Bundestagsabgeordnete Jessica Tatti kandidiert am Sonntag für den Landesvorsitz, ebenso der Moosbacher Hochschulprofessor Manfred Henz. Stimmberechtigt bei der Wahl sind die rund 60 Parteimitglieder sowie 2.200 registrierte Unterstützer ohne Mitgliedschaft. Und soweit die BW1-Nachrichten für heute. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen. Vielen Dank.